Einen wunderschönen guten Tag, extra am Start! Und Wind sieht aus! Wir haben uns letztes Jahr gefehlt. Verdammt laut hier! Der Wind wird immer schlimmer! Hä? Zeig dir gern! Das ist voll krank! Wir sind nach Hause! Ja, ich auch! Hä? Was ist hier los? Ja, 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 ja! Lass mich! Wuhu! Oh! Schön! Geil! Sackgasse! Au! Menno, menno! Ja! Die Panik! Die spür ich auch, ja! Was ist denn das? Hände! Alles Hände! Ah! Was passiert mit mir? Nicht bleiben! Ich helfe! Na, wenn das alles Hände sind! Ist doch abschuldig abartig! Hören Sie nicht, Atian! Bleib in meiner Nähe! Ja, schönen Dank aber! Sie sind schon so lange hier! Es sind viele, aber sie sind alle einsam! Guck mir vor wie im Kruselkabinett, ey! Sie können nicht weg! Und wollen, dass jemand bei Ihnen bleibt! Jaaa! Ich am besten oder was! Was kannst du hier machen, wenn du möchtest! Kannst gerne hierbleiben! Wenn ich hier wohlfühlt zwischen den ganzen Leichen! Zombies! Was auch immer! Ist das echt das Tür, wo man rein kann? Nein! Warum denn nicht? Ich muss hier hoch, oder was? Mann, 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 Mann! Ich geh mir ja aus der Sonne, Junge! Lauf ich überhaupt richtig? Müsste ich jetzt rein theoretisch hier runter? Guck mal! Guck mal, was es hier hinten noch gibt! Ja, ja, ich muss eindeutig herunter! Da führt kein Weg dran vorbei! Ach, hier! Ähm! Was tauscht ich denn dagegen ein? Ja, die Schuss haben wir denn hier! Nur darauf kommt es an! Reicht! Gut, da geht's! Oh, ich bin so aufgeregt! Genau wegen so einer Scheiße! Ich hab auch keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin muss, ey! Ich trau mich ja nicht mal in das Wasser zu gehen! Komm! Nimm all deinen Mut zusammen! Oh, er hier macht ein paar Geräusche! Da könntest du echt zusammen zucken! Alles klar, alles klar! Alles geschafft! Oh, Menschen! Inwiefern? Wo? Also... Ein paar Infos bitte! Okay! Okay! Ah! Noch einer! Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf! Verdammt nochmal! Es ist Artyom! Na! Dein Glück musste ja irgendwann aufhören! Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren! Kameraden! Wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Korbhut bezüglich dieses Rangers! Wir sollen ihn eliminieren! Feuer! Feuer! Feuer nach eigenem... Ich helfe! Nicht mehr! So, Schatz! Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho! Ihr seid fett! Gibt's hier auch irgendwie Schutz? Ihr wollt mit dem Scharfschützengewehr erledigt werden? Das könnt ihr gerne haben! Wir klassen den Befehl von Dみたい! Sie ziehen! 다른 씬 oh hier wird es echt heavy aber du wichser na komm her hol dein das Köpfchen raus aber du musstest fliehen und dann genau auf mir herkommen manchmal solltest du dein Bestes für mich vermissen schön daneben geschossen er hat das Schisse mir verlernt oder hast du gedacht Torwut hätte dich völlig vergessen nicht so lange du lebst und ich auch nicht komm ich hier rein nein du wolltest es nicht so wie wir wolltest dich uns nicht anschließen du kannst dich mal ficken es ist nicht wirklich ich bin bin ich bin Also, Artyom, das wird es langsam einweilig. Soldaten, erlädig dich! Wie Soldatin! Angrief, lasst uns unsere Kameraden rächen! Scheißen, Dreck! Wie viele Headshot soll ich noch kassieren, du? Pass doch mal. Jetzt komme ich am ehesten rein. Kleine Scheiße. Ja. Du hast eier in der Hose, so viel ist sicher. Kurschon, Ranger, töten und verstimmen, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angsthase? Ja. Also, Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist andererseits das Verbrennen hilfloser Mutanten. Dann lass ich mich erst mal nahe laden, Kollege. Dann komme ich hoch. Du hast wohl Lack gesoffen. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast eier in der Hose, so viel ist sicher. Kurschon, Ranger, töten und verstimmen, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angsthase? Also, Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Was ist denn der, wenn der... Nehmen wir mal Brand. Moment. Verdammt, du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Also, bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen, oder was? Komm schon her. Komm schon, Artyom. Komm hierhin. Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann... Artyom. Du bist gut. Gut. Komm schon und bring es zu Ende. Wohin? Wo bist du? Hä? Äh, das ist ein Mensch! Ich kann dich nicht mehr jagen. Aber es ist ein Mensch! Ich kann dich nicht mehr jagen. Er lebt immer noch. Der hat ja mehr ausgeheilt als jeder andere. Oh, ohne Furcht und Tadel. Komm! Was zum Stoffer ist das, ha? Du lässt dich jetzt hier auf mich los? Oh oh. What's los? Der Test an der Obdiabriskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morasov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Speer haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Wir können nicht lange bleiben. Na dann will ich gehen. Bin ich jetzt gegangen, oder bin ich nicht gegangen? Du konntest nicht vergeben? Ich verstehe. Er hat viel Böses getan. Das mag ich mir. Huch, so. Nein, es ist hier weniger. Sehr schön. Prima. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Krasse Scheiße. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Exit und Metro. Love, Leute. Tschüü!